Negative Gedanken haben mich in meinem Leben extrem gequält, zurückgehalten und fast mein Leben ruiniert. Was genau passiert ist und wie ich meine negativen Gedanken für immer losgeworden bin, das erfährst du in diesem Video. Ich dachte den Großteil meines Lebens, ich bin nun mal ein Versager und werde wohl auch immer einer bleiben. Ich hatte teilweise die Hoffnung schon vollkommen aufgegeben. Ich habe mir schon sehr, sehr früh gedacht, dass irgendwas mit mir nicht stimmt, dass irgendwas falsch ist. Denn ich hatte früher schon sehr, sehr wenige Freunde. Ich war immer der Außenseite. Ich habe nie die Mädchen abbekommen, war mehr oder weniger immer allein. Und irgendwann habe ich dann einfach alles abgelebt. Ich habe andere Menschen abgelehnt, ich habe die Welt abgelehnt, ich habe das System abgelehnt, ich habe einfach alles gehasst. Ich habe nur noch schwarz getragen, war immer mies gelaunt, habe nie gelacht und das Leben war eigentlich ein permanenter Kampf. Und mit 18 habe ich dann das Buch The Secret kennengelernt. Das werden ja wahrscheinlich einige kennen. Und dann dachte ich mir so, okay, kein Wunder, dass es in meinem Leben nicht so funktioniert, denn meine Gedanken sind ja überhaupt nicht auf Erfolg oder auf mein Traumleben ausgerichtet. Und dann habe ich versucht, bewusst positiv zu denken. Ich habe versucht, das Thema Affirmationen, meine Ziele zu visualisieren, bewusst positivere Gedanken zu haben, Dankbarkeitstagebücher zu führen und so weiter. Aber trotzdem hat irgendwie nichts funktioniert. Ich bin trotzdem immer wieder zurückgefallen. Mir war zwar bewusst, dass ich positiv denken soll, aber es hat sich irgendwie wie Selbstverarsche angefühlt. Ich bin immer in alte Muster zurückgefallen und negative Gedanken haben dann wieder überhand genommen. Der einzige Unterschied war dann, dass ich noch dazu ein schlechtes Gewissen hatte, dass ich negative Gedanken habe. Und ich habe dann immer mehr versucht, die Schuld woanders zu suchen. Ich habe Feindbilder gesucht, ich habe das System, dem die Schuld gegeben. Ich bin in das Thema Verschwörungstheorien reingerutscht, habe mir da ständig irgendwelche Videos und Artikel angeschaut, was nicht alles und wer nicht alles schuld daran ist, dass mein Leben nicht so läuft, wie ich mir das vorstelle. Mir hat dann auch irgendwann kaum noch etwas Spaß gemacht. Ich habe auch nicht nur negativ über mich selbst gedacht, sondern es war förmlich ein Selbsthass und auch ein Hass gegen andere Menschen. Und ich bin in ein immer tieferes Loch auch reingerutscht mit immer mehr schlechten Gewohnheiten, mit Schulden. Und ein guter Freund von mir hat in der Zeit dann auch noch Selbstmord begangen und ja, das hat das Ganze noch mehr beschleunigt. Und irgendwann habe ich da noch immer mehr Schulden aufgebaut, war immer mehr in dieser Negativspirale drin gefangen und habe dann auch noch irgendwann meine Wohnung verloren, weil ich die Miete nicht mehr zahlen konnte. Und dann bin ich auch bei einem Bekannten untergekommen in einer Einzimmerwohnung und das war so der Punkt, wo immer mehr schlechte Gewohnheiten da waren und diese negativen Gedanken so stark waren, dass ich eigentlich nicht mehr leben wollte. Ich habe eigentlich teilweise mit dem Leben schon abgeschlossen gehabt. Ich habe mir gedacht, okay, so wie das Leben ist, will ich nicht weiterleben, aber damals war der Punkt, dass ich einfach Verantwortungsbewusstsein gegenüber meiner Familie hatte, weil ich es einfach selbst miterlebt habe, wie schmerzhaft das ist, wenn eine wichtige Person in seinem Leben sich das Leben nimmt und wie viele Vorwürfe man sich dann auch selber macht, weil man nichts getan hat oder das nicht verhindern konnte und dergleichen. Und ich mir gedacht habe, okay, das kann ich meiner Familie, meinen Eltern nicht antun. Und das Interessante war, ich habe mich zu dem Zeitpunkt schon intensiv mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung auseinandergesetzt. Das heißt, ich wusste eben, wie wichtig das Thema positives Denken ist. Und ich wusste in der Theorie, dass ich positiv denken sollte, aber ich konnte es einfach nicht. Das hat mich immer in dieses Loch zurückgezogen. Und dann habe ich auch das Thema Meditation versucht, aber da war auch der Punkt, ich habe es vielleicht geschafft, so eine Zeit lang quasi durch die Meditation aus diesen negativen Gedanken zu flüchten, aber es hat mich immer wieder zurück in diese Negativspirale reingezogen. Also im Prinzip, egal was ich versucht habe, es hat immer kurz funktioniert. Es war so, solange ich es gemacht habe, hat es irgendwie geklappt und die Situation verbessert. Aber ich bin sehr, sehr schnell wieder in diese alte Negativspirale, in diese alten negativen Gedanken zurückgerutscht. Und das Ganze hat sich dann erst verändert, wie ich zwei Bücher über das Thema Mindset gelesen habe und mal verstanden habe, wie unser Verstand eigentlich funktioniert und was der Ursprung von negativen Gedanken ist. Denn grundsätzlich ist es ja so, dass unser Verstand versucht, unser Überleben zu sichern. Und eine gute Überlebensstrategie ist, überall negative Dinge und Gefahren zu sehen. Also Ängste, Sorgen, negative Gedanken, Selbstkritik und dergleichen, weil die treiben uns ja in einer gewissen Form dazu an, uns richtig zu verhalten, sodass wir überleben. Aber überleben bedeutet eben nicht, glücklich und erfolgreich zu werden, sondern überleben bedeutet, mehr oder weniger auf der Couch liegen zu bleiben, kalorienreiche Nahrung in sich reinzustopfen, möglichst keine Risiken einzugehen, sich möglichst nicht anzustrengen. Und das klappt zwar und hat den Menschen über Jahrtausende sozusagen am Leben gehalten, aber gerade in unserer heutigen Gesellschaft, wenn es darum geht, sein eigenes Leben zu verwirklichen, sich ein Leben nach eigenen Vorstellungen aufzubauen, sind das natürlich nicht mehr sonderlich funktionierende Strategien. Und das, was ich auch erst mal verstehen musste, ist, dass die negativen Gedanken, die wir im Kopf haben, in unserem Bewusstsein haben, nicht das Problem sind und auch nicht die Ursache, sondern einfach nur ein Symptom. Das heißt, wenn wir negative Gedanken wahrnehmen, bedeutet das, dass einfach in unserem Unterbewusstsein gewisse Überzeugungen, gewisse Denkweisen vergraben sind, die wir über die Welt haben, über uns selbst, über Erfolg, über Glücklichsein, über andere Menschen und dergleichen, die diese negativen Gedanken sozusagen verursachen. Das heißt, anstatt sich die ganze Zeit nur auf das Symptom zu fokussieren und dann zu versuchen, mit Affirmationen oder bewussten, positiven Denken oder mit Meditation das Symptom sozusagen zu lösen, sich wirklich auf den Ursprung zu konzentrieren. Denn ansonsten ist es einfach so, wie wenn du mit einem Auto auf der Autobahn fährst und dann leuchtet ein rotes Lämpchen auf, ja, irgendeine Warnleuchte und du klebst einen Sticker mit einem Smiley drüber und sagst, okay, das Problem ist gelöst. Und der negative Gedanke oder vielleicht auch das negative Gefühl ist einfach immer nur das Symptom, also das rote Lämpchen in unserer Metapher und nicht der Ursprung des Problems. Der Ursprung des Problems ist dann ein Motorschaden jetzt beim Auto oder eben gewisse negative Denkweisen, gewisse negative Glaubenssätze, die in unserem Unterbewusstsein vergraben sind oder emotionale Themen, emotionale Blockaden, die nie wirklich hochgeholt und aufgelöst wurden. Wichtig war für mich auch die Erkenntnis, dass in unserem Leben nahezu alles Interpretationen sind. Das heißt, wenn wir jetzt aus dem Fenster schauen und es regnet, es fällt Wasser vom Himmel, dann ist das ein Fakt. Ja, das ist messbar, das sehen auch alle Leute gleich, das heißt, da kann man auch nicht groß herumdiskutieren, sondern das ist ganz klar ersichtlich und da sehen auch die Menschen sozusagen alle gleich. Und die Interpretation, also die Bewertung, die dahinter steht, im gutes oder schlechtes Wetter, ist immer abhängig von dem Bezugsrahmen, in dem wir das Ganze sehen. Also welche Beweise wir beispielsweise zu diesem Thema gesammelt haben oder welche Erfahrungen wir gemacht haben oder auch emotionale Erlebnisse. Das heißt, es gibt da kein Objektiv richtig oder falsch, sondern es gibt nur ein funktioniert für mich oder funktioniert nicht für mich. Und all das, was wir über uns selbst denken oder was wir über die Welt denken oder was wir über Erfolg denken, über Geld denken, über Glücklichsein denken, über andere Menschen denken, ist zu 99% sind das Interpretationen. Das heißt, wir haben einfach gewisse Erfahrungen gemacht, wir haben gewisse Beweise gesammelt, mit denen wir diese Überzeugungen untermauern. Und das bedeutet aber im Umkehrschluss, man kann nahezu jede Denkweise auch verändern. Man kann jede Denkweise überprüfen, okay, tut die mir gut, sorgt die dafür, dass ich in meinem Leben weiterkomme, dass ich mich gut fühle, dass ich mich weiterentwickele, dass ich mir ein Leben nach eigenen Vorstellungen aufbaue oder hält die mich zurück, blockiert die mich, sorgt die für Ängste, für Sorgen, für negative Gefühle, so dass ich aufschiebe, dass ich Dinge nicht mache, die ich mir vorgenommen habe, dass ich gewisse Ängste habe. Und dann kann man eben beginnen, diese Denkweisen zu verändern. Und das passiert im Prinzip auf drei Ebenen. Nämlich die erste Ebene ist die Bewusstseinsebene. Das heißt einmal zu verstehen, wo kommt dieser Gedanke oder dieses Symptom überhaupt her, was ist die Ursache davon, nach welchem Muster agiere ich. Das ist dann so, wie wenn du ein Wort ständig sagst und dann siehst du, oder eine gewisse Geste ständig machst und dann siehst du ein Video von dir oder da macht dich jemand darauf aufmerksam und dann fällt es dir selbst auf und durch dieses Bewusstsein steuerst du dem Ganzen dann entgegen und dann verschwindet das mit der Zeit. Das ist die erste Ebene. Dann die zweite Ebene ist die logische, die rationale Ebene. Das heißt, bei vielen Denkweisen ist es einfach so, dass wir die irgendwo aufgeschnappt haben und nie wirklich hinterfragt haben. Und das kennst du wahrscheinlich, wenn du dir diesen Kanal anschaust oder auch andere Kanäle, dass du dann gewisse neue Informationen oder eine gewisse neue Logik, einen gewissen neuen Standpunkt siehst oder neue Beweise sammelst und dann verändert sich eine gewisse Denkweise. Das heißt, das Thema Persönlichkeitsentwicklung war vielleicht mal für dich kein Thema. Das heißt, du hast dir vielleicht gedacht, okay, ich bin nun mal so, wie ich bin und daran kann ich auch nichts ändern. Dann sind Leute hergekommen und haben dir erzählt, hey, es gibt Persönlichkeitsentwicklung, du kannst dich verändern, du kannst Denkweisen verändern, du kannst Charaktereigenschaften, du kannst Gewohnheiten verändern und so und so geht das Ganze. Und dann legt sich im Kopf sozusagen ein Schalter um und wir entwickeln eine neue Denkweise. Das heißt, das ist die logische Ebene. Aber die, die meiner Meinung nach schon fast am stärksten wirkt, ist die emotionale Ebene. Das sind einfach Muster, wo du in deiner Vergangenheit Dinge erlebt hast, die emotional einfach extrem schmerzhaft waren, so, dass um dieses Thema sozusagen so eine negative emotionale Energie gespeichert wurde, weil das Ganze nie vollständig aufgelöst wurde oder bearbeitet wurde, weil wir in dem Moment, war das Ganze einfach zu intensiv oder wir wussten nicht, wie wir damit umgehen sollten und wir haben das Ganze in unser Unterbewusstsein geschoben. Das erkennst du immer daran, wenn dich beispielsweise Dinge triggern. Das heißt, du hast eine übermäßig emotionale Reaktion im Verhältnis zu der Sache selbst. Beispielsweise die Angst davor, andere Menschen anzusprechen oder vor anderen Menschen zu sprechen. Wo manche quasi Todesangst schon fast haben, ja also Panikattacken bekommen und dergleichen oder eine massive Blockade haben, jetzt Interessenten zu kontaktieren oder auf eine Frau zuzugehen und sie anzusprechen oder sich vor Leute hinzustellen und etwas zu sagen, die eigene Meinung zu sagen, Nein zu sagen. All diese Dinge sind verknüpft mit der Angst vor Ablehnung und die Angst vor Ablehnung entsteht in der Regel so, dass wir in unserer Kindheit, in unserer Jugend irgendwelche sehr schmerzhaften emotionalen Erlebnisse haben, wo wir ausgegrenzt werden, wo wir abgelehnt werden, in der Schule, im persönlichen Umfeld, in der Familie, von den Eltern und dergleichen und da dann eben dieses emotionale Trauma sozusagen entsteht. Genauso häufig beim Thema Scheitern, wenn man beispielsweise immer wieder für Fehler kritisiert worden ist von den Eltern oder wenn die Leistungen nie gut genug waren, dann neigt man dazu, Fehler komplett abzulehnen oder zu Perfektionismus zu neigen und sich nicht mehr erlauben, Fehler zu machen, schwach zu sein und dergleichen. Das heißt, diese emotionalen Themen liegen häufig noch drunter vergraben. Das heißt, wir haben diese Bewusstseinsebene, die Logikebene und die emotionale Ebene. Und daher ist es ganz, ganz wichtig und das ist das, was nahezu niemand wirklich macht und was mir in meinem Leben extrem geholfen hat, negative Denkweisen aufzulösen, eine positivere Denkweise zu entwickeln und das Unterbewusstsein wirklich auf Erfolg und mein Traumleben auch auszurichten, ist, diese emotionalen Themen auszugraben, zu lernen, wieder zu fühlen und diese emotionalen Blockaden loszulassen. Also loslassen ist auch das wichtige Thema. Es gibt da verschiedene Techniken oder ich nutze persönlich oder auch mit meinem Kunden das Thema Meditationen, geführte Meditationen, die einen genau da reinführen an die Ursprünge und wo man dann wirklich diese emotionalen Themen loslassen kann. Und die gute Nachricht ist, du kannst negative Gedanken nahezu vollständig loswerden. Wenn ich es prozentual ausdrücken würde, würde ich sagen, dass früher meine Gedanken einfach zu 90, 95 Prozent negativ waren. Das heißt, ich habe permanent nur das Schlechte gesehen, nur die Dinge gesehen, die schief laufen, mich massiv selbst kritisiert, mit Ängsten und Sorgen zu kämpfen gehabt, Dinge aufgeschoben, ein sehr, sehr niedriges Selbstwertgefühl, sehr niedriges Selbstvertrauen gehabt, einen negativen Blick in die Zukunft gehabt und so weiter. Und heute würde ich sagen, vielleicht drei bis fünf Prozent meiner Gedanken sind negativ und 95 Prozent, denke ich, sehr lösungsorientiert, sehr positiv, bin gut gelaunt und dergleichen. Das heißt, es ist natürlich nicht so, dass man dann überhaupt keine negativen Gedanken mehr hat, denn die haben natürlich auch ihre Daseinsberechtigung. Also es geht ja nicht darum, naiv und blind nur positiv zu denken, sondern Sorgen und Ängste haben ja auch ihren Sinn, wenn es eine gewisse Gefahr gibt oder eine gewisse Sache, auf die man achten muss. Aber es wird ein extrem geringer Teil. Und das sorgt dann dafür, dass das Leben einfach viel, viel leichter und angenehmer wird. Also man fühlt sich einerseits natürlich um ein Vielfaches besser, aber man wird auch viel produktiver, weil man sich nicht mehr selbst zurückhält, weil man sich nicht mehr selbst sabotiert. Es ist dann einfach viel leichter, Dinge einfach umzusetzen und Dinge durchzuziehen. Man blockiert sich nicht mehr selbst. Man kann mit Leichtigkeit auf andere Leute zugehen. Man kann mit Leichtigkeit, wenn es jetzt um das eigene Business geht oder auch um die eigene Persönlichkeit im Job, sich selbst die eigenen Dienstleistungen verkaufen. Das heißt, diese Anstrengung, diese Widerstände verschwinden einfach. Man hat viel mehr Motivation und das Leben wird im Allgemeinen leichter und man entwickelt sich dadurch einfach viel, viel schneller weiter. Das heißt, negative Gedanken wirklich aufzulösen, auf der Bewusstseinsebene, auf der rationalen Ebene und auf der emotionalen Ebene, wird dir einfach helfen, dich einerseits viel, viel besser zu fühlen, glücklicher zu werden, aber vor allem auch viel erfolgreicher zu werden im Leben. Und das sorgt dann natürlich dafür, dass dein Leben sich dann plötzlich in einer Aufwärtsspirale befindet und deine Ergebnisse auch immer besser werden. Und wenn du möchtest, dass ich dich persönlich dabei unterstütze, eine positivere Denkweise aufzubauen, negative Denkweisen, Glaubenssätze über dich selbst oder auch über Erfolg, über Geld, über die Welt aufzulösen und deine Denkweise wirklich auf dein persönliches Traumleben auszurichten, sodass du dich automatisch weiterentwickelst, dass du automatisch bessere Entscheidungen triffst und automatisch dafür sorgst, dass du deinem Traumleben immer Schritt für Schritt näher kommst, dann trag dich gerne ein für ein kostenloses Erstgespräch mit mir persönlich, denn in diesem Gespräch werden wir einen Schritt-für-Schritt-Plan erstellen, wie du in deinem Leben oder in deinem Unternehmen auf das nächste Level kommst. Klick also jetzt einfach hier auf die Endcard oder auf den Link in der Videobeschreibung und trag dich ein für ein kostenloses Erstgespräch.